Das heutige Blasmusikfest, Marschmusik und Bewegung ist sicher der Höhepunkt. Gestern war schon eine große Veranstaltung in Flachau mit dem Pflichtbereich und heute ist die Chöre, ich freue mich schon. Länderspielstimmung herrschte am Samstag im Auslauf der Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen. Die Musikkapellen hatten am Vortag in Flachau ihr Pflichtprogramm absolviert und mit gestürzter Wertung ging es los. Aber was wird eigentlich von den Punkterichtern bewertet? Wir bewerten einmal eine Show, wie ist die Zusammensetzung, die choreografische, dann bewerten wir natürlich zum großen Teil Musik, wie ist der Gesamtklang eines Orchesters, ist es dynamisch differenziert, ist es auch rhythmisch genau, ist es in der Stimmung korrekt, ist es technisch korrekt, so wie wir das ganz einfach vorsehen. Und das ist manches Mal sehr schwierig, weil ja auch die Unebenheiten am Rasen gar nicht so einfach sind. Ja, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass der dritte Bundeswettbewerb Musik und Bewegung wieder in Bischofshofen stattfindet. Er ist ja bereits das zweite Mal da und ich glaube gerade das Pradelstadion ist was ganz Besonderes für diese Show. Und zwar auf der einen Seite sind im Winter die besten Skispringer der Welt zu einem sportlich fairen Wettkampf und jetzt sind die besten Musikkapellen von Österreich, wo ja jeder schon Landessieger ist, wo es dann dann den Sieger ermitteln, die sind heute da und über das freuen wir uns. Hier sehen wir den 1933 gegründeten Musikverein der Stadtkapelle Güssing aus dem Burgenland. Und zu den Klängen von Vicky und den starken Männern entsteht das passende Wikinger-Schiff. Eine Feuerschuhe der besonderen Art bot die Trachtmusikkapelle Goldeck. Nach einer sehr knappen Entscheidung ging die Trachtmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein aus Steiermark als Sieger hervor. Jetzt geht die Katernation.